Warte, Korn war innocent. Game Mastery ist ziemlich wahrscheinlich Traitor. Der kann ziemlich gute Teams aktiviert haben. Sehr, sehr gut. Warte, ich darf immer Leben und Tod entscheiden mit der Golden Gun, ne? Alles klar. Ja. Aber die ist sehr ungenau. Ich weiß. Die ist total ungenau, ich kenn die. Auf welches für eine Entfernung funktioniert die? Geh auf einen Meter. Okay. Ja, Game Mastery ist es! Ich hab ihn getroffen! Oh mein Gott! Ich hab ihn mit der Golden Gun getroffen! LOL! believable Streit Man ich bin so scheiße. Ist das wirklich dich, Junge? Ja? Ist das scheißegal, ja? Ist das nur ein Traitor-Kollege du kleine... Ist das auch ein Traitor-Kollege, du kleine, mit einem notable! Ja, ist mir doch egal! Ist mir doch egal, du kittest nicht einfach durchgehend, dann gab ich es in den Family machen. Durchgehend, das war einmal! 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 Du hast mich... Du hast nicht alle das pull-gel-schleudert! Ist das sehr nett. Ja, ist mir scheißegal. Kannst du irgendwie scheiße haben. Ich hab mich aufgeräumt getötet. teníanz levee. Ich hab jetzt gerade wieder angefangen aufzunehmen, aber ich hatte jetzt die Meme noch nicht drauf. Ich hab lieber hier. Ey, das kann ich wahr sein. Wir haben eben jetzt drüber geredet in dieser Runde. Wir haben tausend Runden gespielt, davon sind 500 maximal aufgenommen. Vor allem wir haben in dieser Runde hier eben noch drüber geredet, dass ich das immer vergesse. Ich hab's trotzdem vergessen. So, Ricardo. Können wir dir mal Bescheid sagen, wenn wir die Map wechseln? Ja, bitte. Jetzt muss ich die nächste Map komplett mit in die Folge rein. Sven, ich war nicht mehr. Ich hau dich weg, wirklich. Nimm einfach durch und auf, Julian. Nein, aber ich hab keine Lust, die Katze zu setzen. Das ist viel erschreckender. Wenn du mir noch einmal zu nah kommst, ne, ich bring dich um. Was denn? Du kannst nur noch... Was ist denn los zwischen den... Oh, jetzt hab ich wieder leck. Okay, lol. Jetzt haben wir wieder eine 20 Sekunden Disconnect und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sind wir wieder irgendwie Wartungen irgendwo vorgenommen. Warte. Normalerweise hör ich die jetzt immer. Das meine ich. Ne, warte. Sag mal deine Waffe. Perfekt. Okay. Ja? Schieß mir jetzt nicht in den Rücken. Ich wollte es gerade sagen. Bringst du mir eine Shotgun oder so? Was? Ich bin, ich bin... Hast du eine Waffe? Was? Ja! Und ein bisschen kein Baseballschlag. Wer bist du? Was hast du für eine Waffe? Was bist du denn? Stopp mal! Nivian? Wo? Was hast du für eine Waffe? Da, du! Äh! Das war nicht Nivian! Äh! Das war nicht Nivian! Korn könnte es gewesen sein! Ist die Waffe legal? Korn steht direkt hier neben. Ich kann es gewesen sein, das kann auch Game Master gewesen sein. Okay, dann könnte ich eigentlich battlen. T-Rötter. Einer von euch beiden muss es gewesen sein. Warte, 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 warte. Entweder Korn oder Game Master gewesen sein. Äh, ziemlich genau in der Mitte. Bei dir halt ein Korn. War bei dir Korn. Ich hab Lars, Lars labert einfach scheiße. Okay, ich war aber nicht in der Mitte. Ja, komm her. Also es kann vielleicht T-Rötter gewesen sein. Korn! Du standst direkt daneben. 100%. Ich hab dich gesehen. Oh! Äh. Schlusst die Gäste, ich wüsste nicht. Ich stünde bei diesem Eingang an der Seite. Aber ja, ich hätt's dir heute auch gewesen sein können. Dann machst du ja auch. Eben, dann könnte ich eigentlich battlen. Weil eigentlich könntest du fast nur jeweils nehmen. Wir würden ja aber nicht nur nicht sterben. Toll. Trotzdem wirst du alle okay. Julian, hier. Entscheiden über Leben und Tod. Ja! Darf ich jeden auswählen oder ist das verboten? Außer ich. Ja, boah. Das hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Warum ist vorhin ein Gentlefall jetzt wahrscheinlich... Weil ich die Treppe runtergefallen bin. Ah, das finde ich. Also, Julian, was habt ihr gesagt zum Einfachtöten? Was hat Karsten hinten in der Hand? Ist das ne Taube? Das ist ein Sniper. What? Die MK17. Ja. Das muss ich jetzt mit eigenen Augen überprüfen. Hat Lars ne AKS Sim irgendwie erzählt? Was, als ob das ein Sniper ist? Nein, ich hab ne Galil. Die AK leuchtet. Stopp! Wer war das? Korn, wolltest du mich grade schubsen? Korn, wolltest du mich grade schubsen? Leuchtet. Es hat in den Fingern gekrippt. Stopp! Lars! Lars! Hey, wer auf mir zu! Ja, aber womit denn? Da ist... Ich hab Lars. Easy! Achso. Weiß ich nicht. Na fuck, denk ich doch. Äh, Moment fest, dann... Ach, Jenny ist schon wieder tot. Ist das schade. Warte, Korn war innocent? Oh, ich falle an, drunter! Game Mastery ist ziemlich wahrscheinlich Traitor. Der kann ziemlich gut das Ding seaktiviert haben. Sehr, sehr gut. Warte, ich darf immer nehmen und totentscheid mit der Golden Gun, ne? Alles klar. Ja. Was ist das? Habst du deinen Plan? Ich weiß. Ist total ungenau, ich kenn die. Auf welches für eine Entfernung funktioniert die? Geh auf einen Meter. Okay. Ja, Game Mastery ist es! Ich hab ihn getroffen! Oh mein Gott! Ich hab ihn mit der Golden Gun getroffen! Loll! Wuhu! Okay. Loll! Psycho! Psycho, du hast doch gerade den Traitor umgebracht. Ja. Das heißt, es kann nur noch Nirvian oder Karst sein. Ich bin's nicht. Boah, krass, ich hab sogar getroffen. Äh, und Game Mastery hat es wirklich aktivisiert. Es geht los. Aber ich bin so gut. Ah, guck mal, ich hab LK, Leute. Kann's gern versuchen. Verlässt halt Karma. Du, 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 du. Hä? Wenn ihr euch beide... Ich bin nicht so niederzulich bei allen sterben. Warte, wer kannst du jetzt nochmal sein? Psycho-Safe, ja. Ja, einer von den beiden. Ja, klar. Ja, das heißt, die können sich schön battlen. Ich töte mich wahrscheinlich selber, indem ich irgendwo runterfliege. Äh, Ricard, du hast nicht zufällig Heilung oder so, oder noch Punkte? Äh, äh, doch, ich kann eine Heal Station kaufen. Ah, das ist nice. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin ziemlich in der Mitte. Warte, ich kann dich ganz kurz zur Leiche rufen. Er könnte vielleicht auch noch Punkte gehabt haben. Wann lass ich kurz jetzt nachschauen. Er hat, äh, eine AK gekauft. Mehr nicht wahrscheinlich. Bedeutet, ein Punkt, er müsste mehr als einen Punkt haben. Vielleicht hat er noch Punkte. Äh, ich hab schon hier alle. Ja, gibt's hier noch mehr Punkte? Äh, ah, so. Ne, wieder kommt alles. Hat er noch mehr Punkte? Äh, ich kann nicht reingucken, äh, Lake. Kann sein. Ah, äh, seh ich das irgendwo, oder? Ja, dann hättest du ja oben Rechtsfläche bekommen. Oder geh in den Shop, dann siehst du ja auch. Ne, hab ich. Hab ich nicht, ne. Ja gut, dann hat er keine mehr gehabt. Warte, das heißt, er hat ja außer AK noch was gekauft. Das heißt, er hat ja außer AK noch was gekauft. Ich glaube, er hat zwei Punkte, oder? Ja. Aber er kann auch irgendwie, äh, ähm, Rüstung, oder? Ne, kann er nicht. Das sieht man in der Leiche, steht da drin. Ah, Radar? Ne, auch nicht. Hat er beides nicht gehabt. Auch nicht. Soll ich die Heal Station zerstören? Ne, ne, lass mal. Oh, was ist die dann? Oh, wo geht denn deine Hand hin, Jenny? Ja. Hm. Also, wo ist jetzt Cast? Ich bin hier oben. Ich weiß nicht. Die Sache ist, was hat er denn gekauft? Er muss ja theoretisch mindestens eine, sagt, vielleicht sogar zwei gekauft haben, weil ja mehrere Innocents tot sind. Wir werden, komm mal mit. Eigentlich müsste er noch zwei Sachen gehabt haben. Dann könnt ihr euch schön, äh, nein. Oh, ist das süß, Psycho. Ja, guck mal, Lars hält Jenny mit den Arm. Warte, geh mal, geh mal weg, geh mal weg. Was? Hä? Was? Nein, nein, Lars. Außenrum um den Baum. Jo. Na komm. Hast Modus Verlängerung. Nee, das sieht doch nicht hübsch aus, oder? Warte. Beine streizen. Deck ihn rein! Oh, oh, nein. Es war... YouTube. YouTube. Ja? Ich wüsste irgendwie gratulieren. Bei mir hat die Golden Gang nie getroffen. Bei mir auch noch nie. Noch nie. Es ist einfach so geil, den Chat zu lesen. Es ist einfach herrlich. Ich hab auch noch nie mit der Golden Gang getroffen. Als... Hä? Wer war's jetzt? Ne, wir haben... Lars! Achso, okay. Spargelkopf. Spargelkopf. Ja. Ich mag keine Spargelköpfe tatsächlich. Ich mag Spargel. Ja, Spargel mag ich aber keine Spargelköpfe. Also es gibt halt eine extra... Spargel. Ja, Spargel. Nur halt davon... Also wenn du so ein Ding schneidest, wenn du quasi durchschneidest, gibt's da noch die Enten. Hast du mir? Die sind irgendwie so schrumpelig und... Ich werd dich verfolgen und ich werd schon wieder Detektiv brauchen. Ich hab eine sehr schöne Unterhaltung über Spargel. Sehr sinnvoll. Ich hab ne Waffe, du nicht? Jenny, ich bin Detektiv. Äh, ich hab ne auch. Wow. Wow. Mann. Ich hab eine. Vielleicht tu ich das auch gleich. Oh. Harte Drohungen hier anstatt. Werde... Foss-psicherungs. Ich schieß dir richtig in deinen fetten Hintern. Lars, guck sie an. Scheiße! Was? 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 Das war ja. Und sie war... Hallo, 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 Karst, du beleid. Scheiße. Ich weiß nicht, was die Leute sind. Pass auf, Karst, auf. Ich bin ein Bodyguard. Das ist klar. Aber wenn er jemanden tötet, dann töt ich sie trotzdem. Ich will gar nicht. Ja, Jenny, welche Pose darfst du denn heute sagen? Hey! Achso. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich endlich mal die Stimmen eingrenzen, wer wer ist. Yay! Ich muss dem bloß nachrennen und warten, bis er was sagt. Ja. Ich kann Stimmen auch immer mega schlecht unterscheiden. Ach, Schatz. Ist das da oben auf dem Baum? Da ist immer der Baum. Das ist immer noch auf dem Baum. Sie sind Fake Game Store, aber die kenn ich. Was? Auf dem Baum? Das ist immer noch auf dem Baum? Ja. Ihr wart auf dem Baum, schießt auf uns. Auf dem Baum. Keiner auf dem Baum? Also wir haben mit einem Jetpack. Wir kommen auf dem Baum. Mit einem Jetpack. Ja, der fliegt davor, der fliegt davor, der fliegt und fliegt. Nein! Ich krieg mich niemals! Ich find niemand. Aua! Oh, Psycho war das. Scheiße, warte, Psycho! Moment, nein! Das kann nicht wahr sein. Das Lack! Warum? Hä? Ich fließe nicht auf dich. Hallo? Warum? Ich fließe nicht auf mich. Ich fließe nicht. Ich fließe nicht auf die Tabellen und Dueno. Sie kriegt mich hier nicht zu gehen. Habt ihr schon Julian gekillt? Ja! Nein, nein. Ich meinte, ob die dich gekillt haben. Ja! Das ist kein Super. Das ist ein Arsch. Boah, der hat getroffen. Okay, nice. Moment, hab ich... hä? Was machst du dabei? Schöner geht's schon. Zu euch kommen. Oder darf ich nicht und werde runtergeschubst? Nein, du wirst runtergeschubst. Okay, dann komm ich nicht. Ah, ja. Das ist Privatgelände. Seht mal, ihr seid wieder vereint. Das ist nicht schön. Äh, ich werde angeschossen. Hallo? Hallo? Ich höre die Schüsse. Neben meinem Ohr. Aua! Ist tot. Ja, ich hab doch gesagt, auf mich wird geschossen. Da wird auf dich auch geschossen. Ab 6 HP. Ich werde mich von... Hier liegt Mirgan. Ach, klar. Ah! Verdammt! Ich hab nur noch 16 Leben. War ja sehr erfolgreich. Äh... Äh, Cass ist gestorben. Ich hab ihn gehört. Nein! Wie kann das denn passieren? Ich find's krass, dass ich immer noch lebe, ey. Ich weiß echt nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich bin voll mit dem Jetpack einfach dahin geflogen, wo ich vorher war und Cass hat's gecheckt. Ey! Komm! Nein, du wirst mich nicht... Hallo! Ich hab mich ja so getroffen! Hallo! Nein! 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 Ich hab mich so getroffen, aber der Leiter backbar wiederum, ey. Gables-Mod-loging! Sind's nur noch hier? Ja! Ja, nur noch hier. Nein! Nein, Psycho ist tot. Er weiß es doch noch nicht. Nein, nicht Psycho. Oh nein Psycho, das ist ganz schlecht. Das ist eine ganz schlechte Situation. Nein, 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 oh! Ich hab gar nicht gezogen, was ist? Das heißt, wir sind doch nicht hier, woher ist der Letzte? Woher ist der Letzte? Ja, ich hab jetzt meine, ich hab jetzt meine M6-Tipp da. Deine Traitor-Kollegen sind leider von Tod, ne? Ich bin aber kein Traitor. Oh krass. Es muss ein Traitor sein. Ja genau. Ich habe gerade auf einen Traitor geschossen, darum bin es ich ja. Und der hat auf mich geschossen. Das sind keine Credits drin, die hab ich doch rausgenommen. So, schade. Oh man, wie lange ich überlebt hab, ey. Auch wenn mein Plan nicht funktioniert, war das so geil. Wie viel Schaden hast du von der Mellon bekommen? Die ging vorbei. Ich hab dich bei mir voll getroffen. Ich hab dich voll mit der Mellon getroffen und hab dir keinen einzigen Schaden gemacht, das kann doch nicht wahr sein. Oh man, ey. Das ist echt ärgerlich. Ich dachte, du würdest noch weiter da oben bleiben und hab da C4 angebracht. Unfassbar. 50 Euro. Scheißspiel. Fast Food. Sehr gut. Gut. Bis zum nächsten Mal.